Das wäre ja mega nice, weil die Tüten, die da dran sind, Zubehör, oder die Akrapovic, die du von Haus aus kaufen kannst, gehen gar nicht. Die ist richtig hässlich. Akrapovic braucht nur noch Scheißaufrufe. Die sehen alle hässlich aus. Der von Marvin sieht gut aus, aber der neue mit diesen komischen... War das endlich? Das war lustig. Schlicht und klein und schlicht. Ja, was soll man dazu noch sagen? Heute ist so dein Tag der Algentore. Ach komm, noch eine rote Ampel. Ich hau noch eine raus. Kamera ist an. Mir ist echt schlecht, ne? Puppe geht. Wofür war das? Einfach so. Oh, guck mal, die Wolke über uns. Ich dachte, wir müssen umgehen. Wetter ist es ja nicht. Jetzt haben wir noch einen Toppen ab. Warte mal. Ich kann den Passat, den du noch nicht so ganz einschätzen. Einer oder zwei Personen drinnen? Ich seh's nicht. Dreh dich um. Eine. Hallo. Hallo, Manni. Oh, die haben nicht geguckt. Nein. Ich hab zugewinkt. Aber sie hat nicht geguckt. Bei dir hätte ich auch nicht geguckt. Nee, er ist schwul. Alter, er fährt um auf der Verfalle. Schwul. Ja, Alter. Nein, er wollte, dass wir in der Garten aufsehen. Der wollte, dass wir wheelen. Mäuschen. Er wollte deswegen sein Croissant wegessen. Oh, ich hab's nicht geguckt. Nee, ist heute super gelaunt, ne? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem allerbesten Kanal weltweit. Was machst du heute Abend? Masturbieren. Ah. Ich, äh... Auf deinem Fall nichts. Lass mal, lass mal gut chillen. Okay, lass mal geht den Arzt auf dem Online. Ähm, da soll doch total Cheater verseucht sein im Moment. Es ist, war schon immer total Modder verseucht. Okay. Ja, von mir auch können wir. Dann lad ich da das Update noch runter. Scheiße bauen im Online-Modus. Oh ja, das ist gut. Hab ich gestern auch. Ich hab gestern drei Stunden online getroffen. Wir haben nur andere Leute gemerkt. Wenn ihr Interesse habt an GDH-Online-Videos, schreibt es doch mal in die Kommentare. Oder auch nicht. Ihr könnt es auch einfach ignorieren. CORRECT. 純 sort sehr einfach so. Okay. Dann prim... vasst doch mal? Boat. Du hast es ¡Gpesst! Du hast es. Du hast es. Du hast es. Du hast es. Du hast es zu. Ha ha! Woohoo! Geil! Genau. Richtig? Ich wusste, ich bin hier schon mal lang gefahren. Da war ich hier pinkeln. Wie immer, pinkeln! Ja, was denn noch sonst? Der Asphalt ist ja geil hier. Die Dinger sind so schwul, die müssen da vorne ein Kennzeichen haben. Ich verstehe auch nicht, was die daran so toll finden an den Dingern. Also, ich finde, diese Teile sind halt als Mittel zum Zweck, für heute ATV, sagt man ja auch, Terran Vehicle für, keine Ahnung, Wald und irgendeinen Scheiß aus dem Dreck ziehen. Dafür sind die halt geil. Oder wenn du auf dem Land wohnst, so mitten in der Pampa. Ja, genau. Aber, dass die da mit so Touren fahren. Da pflügst du halt immer den Acker mit, weißt du? Ja, genau, das macht halt Laune. Okay, aber damit sie eine Tour fahren... Also mit den Dinger... Auf gar keinen Fall. Es gibt ja noch so ein bisschen diese sportlichere Varianten. Ja. Die sind ja noch ganz okay. Ein Kumpel von mir fährt auch so ein Ding, aber ich müsste mir das jetzt nicht geben. Ja. Ja, ich erinnere mich. Mach mal wieder sein Moppet aus. Nee, nee. Heute mal nicht. Heute mal nicht. Heute bist du dran. Während der Fahrt. Ja. Kamera wäre an. Also bitte. Ja. Echt dran gemacht. Vor allem während der Fahrt ist das echt nicht so lustig. Wenn du da nicht die Kupplung ziehst, dann... F**ing hell. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Blinker links, weiter Blick!